Hallo Leute und Willkommen außerhalb der Basis von dieses medizinische Labor. Ach, hier ist jetzt selber drin. Okay, ich darf nur hinten hin. Oh Gott, die Stelle kenne ich. Das könnte nervig werden. Hätte gleich taucht Arno unten auf. Habe ich nur Linksklick oder? Rechtsklick ist nichts. Okay. Was macht er denn? Für krasses Stunz. Vor dem Moment. Ja, ja. Müssen wir hier aufpassen. Oh, da hat irgendwas bunten. Warum? Ich sehe das doch gar nicht. Und wir werden es niemals durchführen. So, tot. Da ist noch einer. Hier auch. Oh shit. Einfach immer schön draufhalten. Einfach immer schön draufhalten. Haben wir genug Schuss. Das ist auch schön. Nicht nachladen müssen. 354 HP von ursprünglich. Wie viel? Machst du denn? Hinter uns kommen auch keine. Das ist gut. Ach, easy. Sechs Damage hat er uns gemacht. Von hinten kommt wieder niemand. Aber da oben auf der Brücke sind welche. Hier ist auch einer. Der trifft uns gerade noch häufiger. Junge, wo fährst du denn hier lang? Gib dir doch ein bisschen Mühe. Noch 680 Schuss. Fahren wir ein bisschen schneller. Oder sind Blätten? Ja, aber das sieht ein bisschen nach Ende des Canyons aus. Oh, okay. Ladies first. Ja, fahr die um. Hier war es ganz schön dunkel. Ah, okay. Ich sehe schon, wo wir hin müssen. Okay, das ging ja ganz klar. Und ich habe nicht mal Zeugs verloren von meiner Ausrüstung. So. Hier. Okay. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was unser nächstes Ziel ist. Und ich glaube, wir müssen gleich eine Pause machen. Wenn ich das so weiterhören höre. Ach, Mann. So. Probieren wir das mit dem Aufnehmen nochmal. Okay. Demnächst müsste ich auch länger ein Stück aufnehmen für einen eventuellen Urlaub. Ah, jetzt mal wieder in so einer Gegend. Da oben schillt doch schon so ein Vieh. Und. Jetzt ist es weg. Ich weiß gar nicht, wie lange Red Faction noch geht. Ach, Mann. Ihr habt doch schon genervt beim letzten Mal. Stirbt mal. Und tot. Was ist das von da oben gewesen? Hm. Komm her hoch? Ja. Easy. Ah, nee. Hier ist es noch. Wir haben jetzt, denke ich, mehrere Wege. Hier führt nichts direkt lang. Aber da könnte man hinspringen. Und da oben lang gehen. Und hier kommt man später eigentlich nochmal raus. Wechseln wir auf eine andere Waffe. Oh, die sind immer noch schlecht dran. Hm. Das dürfte später eigentlich aufgehen. Komm ich hier hoch? Na. Bestimmt, wenn ich das Zeug kaputt mache. Wie sieht es denn hier aus mit unseren... Ach. Wo stecke ich hier eigentlich fest? Hm. So, das geht nämlich echt gut. Und dann kommen wir hier lang. Oder ich überspringe jetzt irgendwas. Was geht denn hier? Nix. Okay, kommt man von hier aus auch bei dem Lift hin? Da sind wir noch etwas weiter oben. Gehen wir mal hier lang. Versuchen mal klug zu sein. Was haben wir denn hier noch für Waffen? Nehmen wir mal die. Oh. Geh weg. Stört mich doch schon wieder. Das war schon fast klar. Okay, du hängst da fest. Du hängst da auch fest. Die Höhle ist nicht gerade designt für euch. So. Ich dachte schon, der Fisch wollte auf mich. Losgehen. Wo sind wir jetzt? Ach komm. Hä? Und wofür war... Ach so, ich sollte hier im Wasser da unten den Weg finden, um da hochzukommen. Oh wow. Denkt man, man tut einmal was cooles und dabei war das hier eigentlich das Schlaue. So umgeht man noch die paar Viecher da hinten. Huh. Got some more bad news for you, Parker. Orion still hasn't heard from EOS, but that's not the really bad news. Once you've sent the message from the comm center, we still have to get the fleet in here. Ultra has a system of laser satellites orbiting Mars. They'll tear the fleet apart unless we disable them somehow. There's a space station that controls the satellites. We've got to get you up. Still no word from EOS. I don't think she made it. First EOS is lost and now Altos sent in reinforcements. They've kept the regiment of mercenaries in reserve and now they're coming out. The mercs are led by Colonel Masako. A real nasty piece of work. They're all butchers and she's the worst of them. Okay. Ich weiß, dass das Spiel mit Masako endet. Also schauen wir mal, wie weit wir noch müssen. Wenn jetzt ein Lade Screen kommt. Sind hier drin so böse Geräusche? Dann würde ich kurz speichern. Gute Platz zum Speichern. Return. Und weg ist er. Und weg ist er. Darf ich an beiden Seiten hochklettern? Und ich werde gerufen. Yay, das ist schon wieder so eine Schnippelaufnahme. Bis gleich. Hey, ich bin wieder da. Yay. Okay. Was geht denn da jetzt ab? Help Guards. Ja, keiner kommt. Von hier aus darf ich nicht hoch? Nee, es klappt nicht. Also so. Oh Gott, nicht runterfallen. Ja, cool. Habe ich einen davon erschossen? Erschreitender. Achso. Habe ich einen von euch erschossen? Ach, bestimmt nur so einen geditscht. Help Guards. Sind noch keine da. Ach, stecken wir das Ding weg. Hast du dann Angst vor mir? Ich habe nichts getan. Leid, bitte. Guards werden bald hier sein. Cool. Dann macht ihr euch mal noch einen schönen. Loading. Saving. Yay. Ich bin unarmt. Unarmt. Habe ich dich auf den Arm genommen? Ha. Lol. Also, schicke Bout hier. So, was geht denn hier so ab? Ja, sind wir davon durchgefahren? Ich denke schon. Jetzt gibt es hier so eine schäge Gündel. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich. Ach, nee. Ah. Ah. Ich schicke die schon mal vor. Ich wollte nur gucken, ob die Strecke, äh, strechelzicker ist. Oh. Sehe ich denn da hinten? Nein, komm. Uh. Was haben wir da sonst noch so? Gibt es da noch Wachen? Da hinten steht noch einer. Der schießt jetzt schon, wa? Leute, hab ich einfach weggemacht. Easy. Oh, wo geht's denn hier hin? Ah, wenn, wenn ich irgendwo eine Möglichkeit hätte, die Spielfläche zu verlassen. Ich frag mich, ich muss mal hier nach nach einem Speedrun für Red Faction 1 schauen. Bestimmt haben irgendwelche Leute Stellen gefunden. Dann würde ich euch das aber auch mal gerne zeigen. Bestimmt irgendwie was, wo man einfach aus der Welt fliehen kann. Kann man das sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn das Spiel halt so drauf ist mit, äh, Ground Destroying. hier würde man wahrscheinlich einfach runterfallen, dann würde ich Fallschaden nehmen. Das wäre nicht so toll. Ah, okay. Wenn ich da oben drauf könnte, darf man auf diesen Dingern stehen? What the fuck tue ich hier? Ja, ich weiß, ich kann das Ding zurückholen, klar. Aber, what the fuck? Oh Gott, ich rutsche hier kraftvoll so ein bisschen ab. Ja, ja, er da unten. Weißt du? Sie rennt hier jetzt schon weg. Mann, halt die Klappe. Wo rennt er hier lang? Und wieder zurück. Au! Na warte, jetzt habe ich Fallschaden genommen. Jetzt ist er weg. Gut. Jetzt habe ich hier wieder Money für. Warte mal, wenn 30 das Maximum ist, hat er vielleicht noch ein bisschen mehr. Ne. Hat hier vorne ein Leben gedroppt. Oh. Nein. Gut. Dann habe ich euch mal diese Variante des Spiels gezeigt. Wie man sich hier durch morgeln kann. Ach, komm. Oh. Hier sieht es doch ganz nett aus. Okay. Gut. Nochmal saven. Oh, mein Leben sieht nicht ganz so geil aus und wir hatten ja auch erst. Ach. Achso, wenn ich euch schieße ich auch. Äh, du? Was gut ist, was? Ich schluss. Neh, ich dich. Zwei Wege. Eine Tür und ein Nichts. Moment. Warum macht es hier denn so fast nach dem Motto hier ist Wind. Ich würde einfach nur sehr gerne irgendwann mal was cooles, schlaues tun in diesem Spiel. Ich selber denke ja nicht, dass es noch passieren wird, aber wann kommt denn eigentlich die Stelle, die ich schon die ganze Zeit erhoffe? Ich habe ja immer wieder so ein bisschen Schiss vor diesen Räumen hier. Wieso ist jetzt hier drin Loading Screen? Was? Oh. Ist hier hinten denn noch? Ich habe doch gar nicht... Okay, wir haben jetzt alles. Die Spinde sind alle geklärt, dann... Ach komm. Loading. So. Das sieht doch mal wieder savenswürdig aus. Ja. Huh. Darum geht es raus. Das sieht so aus wie das Ende des Tutorials. Okay. Wann kriegen die mich denn mit? Gibt es die Kamera aus? Chillt der Typ da drin? Oh. Das ist nicht so gut. Der hat da jetzt Angst. Wenn der da seine Runde dreht, oder den selben Weg wieder zurückläuft, kann es sein, dass der von hier kommt. Oh. Inzwischen haben sie mich mit IOS auf ein Plakat gesetzt. Nice. Vielleicht denken alle wieder wir sind zusammen. Ach man. Ist da ein Reingang? Nee. Okay. Dann hier lang. Ach so. Nee. Der ist hier rausgekommen. Ah. Okay. Please. Leave me alone. Ja. Mach nicht so einen Aufstand hier. Irgendeinen Schall dort zum Drücken? Nee. Ja, komm. Extra eine kurze Pause gemacht. Und jetzt habe ich ihn doch umgebracht. Klasse. Leute. Ich bin gut. Beide tot? Ja. Keiner von euch hat Leben gedroppt? Danke. Tot. Ah. Das hört sich sehr nach... Hä? Ja, ja. Erstmal hier. So, weg. Jetzt mit einem Schuss. Great. Halt es hier auch noch. Don't do it. Don't do it. Tot. Zehn Schuss. 18 Leben. So, das Ding ist weg. 16 Leben. Ist eine schöne Zahl. Oh. Easy. 91 Leben. Ach, die wollen jetzt wieder durch meinen Anzug loswerder. Äh. Ja, die Gegner, die droppen beide nix. Ist genau dafür ausgelegt. Äh, zwei Türen. Die hier wurde bewacht. Gehen wir zuerst in die rein. Hörst du ein Feuer? Was ist passiert? Bleib hier und mach deinen Job. Let's the Guards and Mercs handle it. That's their job. Jo. Das heißt, hier drin sind keine Guards. High voltage. Und hier was drücken. I'm not taking sides in this conflict. Come back. My place is here. I have no time now. My place is here at my work. I am seven years old and I just learned to speak sentences. Gut, was ist das denn für ein Ding? Syhack. 36e. So nenne ich die Folge und niemand wird verstehen warum. Außer er kommt an dieser Stelle des Videos an. Dann wisst ihr, warum ich sie 36e genannt habe. No leaning or railing. Danger. An Orten, wo nie zuvor ein Mensch war. So. Ich will auch noch nichts speichern. Weil hier immer noch überall Loops sind. Ist der tot? Ne. Ach, kommt mal ran hier. Tot. Stopp. Ich höre hier irgendwie Strom und Zeugs. Aber das ist eine Musik. Prepare to die. Okay. Tot. Zwei Schuss. Easy. Leben. Jawohl. Und 42. Komm. Mit 42 Rüstung kann man ruhig schon mal speichern. So. Parker. Wir haben Mercenaries in der Com-Center. Sie sind starten zu all über dem Com-Tex. Sie sind aus der Security-Guard. Alter, was sind das für Tybis? Die killen auch die Guards? Die sehen. Die killen auch die Guards? Moment. Okay, da hat Masako jetzt so einen Trupp losgeschickt. Und die soll dann ein Stuff machen. Äh. Da würde ich sehr gerne... eine Führte Waffe? Was willst du denn? Nur jetzt? Nice. 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 Das ist eine Waffe. Oh. Ah, aber da ist er nicht One-Shot. Ah, schade. Naja, man muss ja Kompromisse finden. Okay. So, das war's. Gehen wir mal runter. Oh, das ist eine nette Waffe. Oh. Bin ich mit der Waffe genauso effektiv, wenn ich nicht? Ja, bin ich. Okay. Das ist schön. Das Zeug schieße ich jetzt nicht alles kaputt. Damals hätte ich das immer alles kaputt geschossen. Aber so langsam sehe ich, dass es hier... Oh, Gott. Dass es hier Probleme mit der Munitionsrate gibt. Ach, fuck. Ich brauche mal kurz was, was schneller schießt. Äh... Ah! Okay. Mach ich. Sind da schon zwei. Ach, ich bin da unten in den Raum, bevor das Zeug despawnt. Tot. Nein! Ich lade nach. So. Weg. Alles hier. Mann, ich töte so viele und trotzdem ist mein Leben schlecht. Gibt's hier irgendwas? Ne. Das ist doof. Ha. Das war schon fast klar. Aber egal. Jetzt bin ich hier drin. So. Was gibt's hier alles? Sind das die neuen Tybis? Fancy. Ah. Schaffe ich's nicht hier rein? Achso. Oh. Alles klar. Hier wollte jemand, dass ich mal wieder voll geupgradet bin. Safe. Oh. Gut. Dann wollen wir wahrscheinlich in Richtung Masako. Und das Spiel beenden. Aber das dauert bestimmt noch ein bisschen. Wo müssen wir hinlang gehen? Was überhaupt? Miese Bitch. Ach. Egal. Leute. Dann würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Wir schauen uns beim nächsten Mal back home. Also. Ciao. Ansonsten. Also. Halt.